Hallo, mein Ticket. Danke sehr. Hallo, danke schön. Hallo, das ist cool. Hi, cool. Sesam, können Sie mal die Gepäckluken öffnen? Hallo, das ist sehr freundlich. Grüezi, ist das gültig? Danke sehr. Hallo, bin ich? Danke. Mahlzeit, hier habe ich mich wohl vertan. Salut, Sie wollen be- mein Fehler. Grüezi, hier danke. Tag, ich hoffe, ich bin sehr freundlich. Grüezi, hier ist mein Ticket. Dankeschön. Hallo, ist das Danke. Was ist das Schöne, meine Schrecklichwelle? Hau her an, ich bin sehr, z加油. Ich bin sehr, sehr, sehr gut. Schnell, du wärst in hier noch nicht mehr. Ich bin sehr, 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 sehr. Und jetzt haben wir hier. Oh, und der purpose ist, ist es knapp. Ich bin sehr, 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 sehr. Und jetzt kommen wir im Windchapflog, Ich bin sehr, 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 sehr. Und diese eine Karte, Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reiseteam fürs Internet, schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zu Neige gehen, kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt über nutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil buchen wollt, holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wie da? Wie da? Wie da? In der Seat Pocket in front of you, you will find our Information Card, containing further safety instructions and details of our snacks and beverages. There is a restroom located in the rear boarding area. If you would like to browse the internet free of charge, simply log on to our onboard wifi network. If your battery runs out, no problem. Many of our scenes are equipped with power outlets, which are marked accordingly. If you would like to book your next journey while you're on the road, simply download our app onto your smartphone, so you can take advantage of our many exclusive online discounts. Also use it to share your suggestions, ideas and requests. We are always ready to assist. And now we can finally set off. Thank you for listening. We hope you have a relaxing journey and enjoy traveling with Flixbus. All right. Let's see. Let's see. Yeah. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020